So, hier, wir brauchen jetzt kein Intro, los geht's! Perfekt. Das war das Intro, geil. Wir haben Hunger. Wir haben wirklich Hunger. Ich schenke mir jetzt noch laut was ein. Oh, das war ganz schön laut. Willkommen bei Antenne Höllenschlund. Mit Sandra und Stefan. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Bored now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Höllenschloh und Talisandra. Ich hoffe, wir sind heute nicht so gelangweilt wie Vampirella. Wir sprechen heute über die 16. Folge der dritten Staffel, die am 23.02.1999 in den USA unter dem Titel Doppelgangland ausgestrahlt wurde. Und sie kam unter dem Titel Doppelgängerland in Deutschland am, pass auf, wir kommen der Sache näher. Das sind nur noch 26 Tage, Sandra. 27. Ja, fast. Ja. Ah. Also ich würde jetzt einfach einsteigen, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, zum großen Joss. Was soll ich zu dem sagen? Der den armen Justice League Cast ganz schlecht behandelt hat. Ey, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Keiner hat Ahnung, was da abgeht. Ich weiß es einfach nicht. Aber Twitter muss erst mal haten. Erst mal raushauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Cancel Culture. So. Wir steigen ein in die Geschichte der Folge. Ja. Wir erinnern uns an die tolle Folge Was wäre wenn? Mit dem Dämon Anjanka, die besiegt wurde, indem das Amulett zerstört wurde von Giles. Parallel Giles. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt ist sie eine Sterbliche. Und sie versucht, ihre Dämonenkräfte zurückzuerhalten von ihrem Dämonenboss. Also es scheint so, wir erfahren nicht viel über ihn. Aber ich mag die Maske, ich mag die Hörner, ich mag den Bart. Also das Gesamtpaket ist irgendwie cool. Ja. Sie trauert um ihre Dämonenkräfte. Wir erfahren, sie hat tausend Jahre lang betrogene Frauen gerecht. Und jetzt fällt sie in Mathe durch. Die hat so gar keinen Bock, auf dieser Schule zu sein. Die Folge fängt also schon an mit unserem beliebten Whedon-Humor. Und die Schauspielerin bringt es auch sehr gut rüber. Apropos Schauspielerin. Anja wird gespielt von der guten Emma Caulfield Ford. Und sie hatte wiederkehrende Rollen in, das hast du glaube ich gesehen, Once Upon a Time. Yes. Wer denn? Hast du es aufgeschrieben? Nein. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und in Beverly Hills 90210. Das habe ich nicht gesehen. Und dann habe ich was gelesen. Jetzt kommt's. Es gibt eine Lisa der Helle Wahnsinn Serie. Ist das nicht krass? Oh mein Gott. Weißt du, was Lisa der Helle Wahnsinn ist? Nö. Das ist so ein typischer 80er Jahre Film, wo man noch richtig krass sexistisch sein könnte. In dem Film geht es darum, dass sich zwei Jungs in so einer Art Laborexperiment mit Computern eine ältere, super sexy Frau programmieren. Ach doch. Die dann alles für sie macht und super Kräfte hat. Doch, das kenne ich. Das kenne ich. Den Film kenne ich. Da gibt es eine Serie von. Da gibt es eine Serie von. Oh Gott. Und die muss ich mir angucken. Die ist bestimmt auch super sexistisch. Mit welcher Begeisterung. Das ist voll sexistisch. Das muss ich mir angucken. Das muss ich mir angucken. Und dann bei Twitter. Bei Twitter muss ich mich empören. So. Ja. Außerdem hat sie auch in dem Film Darkness Falls mitgespielt. Da geht es um eine mordende Zahnfee. Meine Güte. War sie die mordende Zahnfee? Nee. Sie war, glaube ich, das Love Interest vom Hauptcharakter. Außerdem habe ich herausgefunden. Sehr spannend. Außerdem habe ich herausgefunden, dass sie 2002 und 2003 zu den 100 sexiest Frauen der Welt gehört hat. Oha. Und ich habe nicht herausgefunden, welche Zeitung das veröffentlicht hat. Es hat einfach irgendwer da hingeschrieben bei IMDb. Ja. Wer es noch wissen möchte, wen es noch interessiert, der unbenannte Damon wird gespielt von Andy Umberger. Umberger. Und der war unter anderem Nebendarsteller als Dr. Wayne in Mad Men. Ist das der Psychiater vom Hauptcharakter? War der Dr. Wayne? Alter, ich weiß die Namen halt nicht mehr. So Glatzkopf mit Brille. Das kann sein. Oh Gott. Bisschen länger her, dass ich das gesehen habe. Ja. Aber ja, es gibt ja, glaube ich, nur den. Zurück zur Folge. Da muss ich hinterher nochmal recherchieren zu diesen Dingen. Und dann wird es auf Onlyfans veröffentlicht, deine Rechercheergebnisse. So, und nur da. Dafür zahlt ihr horrende Preise. Aber zurück zur Folge. Anja bekommt ihre Kräfte natürlich nicht zurück. Sie soll jetzt ihr sterbliches Leben führen, bis sie stirbt. Ha, 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 sterb. Oh mein Gott. Wir sind dann in der nächsten Szene auf dem Schulhof. Ja, jetzt kommt eine coole Szene. Diese sehr coole Szene. Denn wir sehen, Willow wird zunehmend, Achtung, Wortspiel, zauberhafter. Wow. Und sie kann jetzt Bleistifte mit ihren Gedanken schweben lassen. Und sagt auch, das geht allein mit emotionaler Ausgeglichenheit. Ja. Und sie reden dann über Buffy und Faith. Und Buffy und Faith werden von Psychologen oder werden psychologischen Tests unterzogen vom Rat der Wächter. Buffy ist sichtlich genervt davon. Und wir erfahren auch, dass Buffy mehr trainiert als sonst. Mhm. Willow dazu. Da bin ich ganz baff, baff. Und haut noch so ein ... hinterher. Und freut sich mega über ihren Wortwitz. Die kleine, zuverlässige Willow. Ja. Das ist wichtig. Wir erfahren also, dass Faith sich nach außen zu bemühen scheint. Also unsere Gang ahnt nichts. Mhm. Und sie versucht anscheinend wieder eine anständige Jährin zu werden. Haha, dass wir nicht lachen. Und Buffy spricht dann was Interessantes an. Was wir ja letzte Folge, was du in deinem Fazit letzte Woche schon angesprochen hast. Faith hat es viel schwerer als Buffy. Mhm. Sie hatte keine Freunde, keine unterstützende Familie. Und deswegen ist sie halt so kaputt. Hinzu kommt, dass ihre erste Wächterin, umgebracht wurde. Die nächste Wächterin war durchgeknallt. Das macht was mit einem, ne? Gerade mit einem Teenager. Ja. Und ich sag ja wieder, Buffy ist ganz schön nachsichtig mit Faith. Aber natürlich halte ich nichts vom amerikanischen Rechtssystem. Also wie schnell da Leute eingekerkert werden. Nein. Und ... Mhm. Ja. Lirum Larum. Auf einmal dreht sich der schwebende Bleistift extrem schnell, schießt los und bohrt sich in den nächstgelegenen Baum. Ich glaube, Willow ist nicht gut zu sprechen auf Faith. Nee, du. Nee. Nee. Eventuell ist das dein Hinweis. Denn das Stichwort ist emotionale Kontrolle. Ja. Aber ich fand, äh, ich war ganz begeistert, dass da jetzt fliegende Bleistifte und so mit eingebaut werden. Ein krasser Special-Effekt. Übel. Also fand ich echt cool. Bestimmt. 200, 300 Dollar gekostet. Kommen ja noch ein paar mehr dann in der Folge jetzt. Also haben sie ein bisschen Geld ausgegeben. Und schön ist es wieder, also ne, wir wissen ja schon, das ist eine Willow-zentrierte Folge. Mhm. Und auch endlich mal wieder was zum Durchatmen zu den ernsten Themen von vorher. Mhm. Also wirkt nach außen extrem ruhig, ja, und spielt das schön runter, aber durch den Bleistift sehen wir halt im Innern der kleinen Nerdfrau brodelt es. Ja. Ja, sie kann das halt gut verbergen, ne? Ja. Sandra? Ja? Einmal bitte aufstehen. Headbang, es kommt der Vorspann. Okay, warte kurz. Das hat Spaß gemacht. Das war schön. Schön, dass wir diese Erfahrung geteilt haben. Mhm. Denn es wird hart, es geht hart weiter im Direktorat. Oh, ja. Schneidman versucht Willow mit Percy Drake zu verkuppeln. Und Willow denkt auch sofort, was, wir sollen uns vermehren? Ich ... Hey, oh, Willow, man. Aber einfach, weißt du, sie ist so eine clevere Person. Aber wenn es um Zweideutigkeiten geht oder um, weiß ich nicht, Ausdrücke, die auch etwas anderes bedeuten könnten, ist die gleich so ... Immer bei der extremen Auslegung, habe ich so das Gefühl. Ja, sie spielt alles durch und hinterfragt es erst mal. Ach, ich soll mit dem ein Kind kriegen? Nein, Willow, du sollst dich nur um seine Noten kümmern. Heute. Ah. Er braucht Hilfe in Geschichte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ja? Willow lässt ja bekanntermaßen nichts anbrennen, würde ich sagen. Und nach dem, wie Schneidman sagt, Debakel, schön, wie er es runterspielt mit dem Schwimmteam, braucht die Schule wieder sportliche Erfolge. Und er lässt ihn ... Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Er lässt ihn nicht spielen, weil er schlechte Noten hat. Ich dachte, Sportler werden immer bevorzugt. So wurde das uns doch gezeigt in der Folge, dass die auch schlechte Noten haben dürfen. Aber es ist egal. Stimmt. Aber anscheinend sitzt Percy auf der Bank, weil er schlechte Noten in Geschichte hat. Keiner versteht es. Vielleicht hat der neue Coach gesagt, so, ey, Alter, das geht so nicht hier. Was der da davor gemacht hat, nee, Leute, nee. Ich will gute Leistungen von meinen Sportlern sehen. Auch im akademischen Bereich. Sehr gut. Das ist ein guter Sportler. Schneidman muss dann noch mal kurz mit seinen bösen Augen funkeln. Und nach kurzem Aufschrei von Willow, die schon genug zu tun hat, stimmt sie aber letztendlich ein. Und da fängt es schon an, das Thema, was sich durch die Folge zieht, die gute, zuverlässige Willow. Ja. Die anderen immer zur Seite steht. Ja. Und danach, direkt danach, kotzt sich Willow bei Buffy aus. Ja. Sie finden es nicht gut, wie Schneidman glaubt, über ihre Zeit verfügen zu können, während Giles direkt aus seinem Büro kommt und über Willow Zeit verfügt. Sie soll nämlich weiterhin vom Schulcomputer aus, vom Schulcomputer aus, in die Dateien des Bürgermeisters sich reinhacken. Ey, aber dieses Hacken hatten wir länger nicht mehr, ne? Dass sie da wirklich, äh, also, dass das ein aktiver Teil von der Handlung ist, dass sie sich irgendwo reinhacken soll. Kann sein, ja. Weil so in der ersten Staffel oder, ich glaube, nach Anfang der zweiten, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das ja häufiger der Fall, dass sie irgendwas irgendwo, äh, rausgeholt hat aus dem Internet. So, also Informationen. Naja, Hacken und Recherchieren, das sind ja Unterschiede. Also, sie hat in dieser Staffel schon mal recherchiert, zu Hänsel und Gretel. Ja, ja, klar. Und hat das dann über den, über den Feed an die Bibliothek geschickt. Ja. Das Recherchieren, ja, aber halt das, das Hacken in irgendwelche Systeme, um dann Informationen herauszubekommen, hatten wir länger nicht mehr. Glaube ich. Ja. So. Faith und Wesley Windham Price kommen von einem Training zurück. Wesley ist komplett fertig, ja? Also, der Mann soll Jägerin trainieren und hat selber kaum sportliche Fähigkeiten, kann nicht kämpfen. Also. Ich verstehe das immer noch nicht, ne? Also, wie, worin werden denn jetzt Wächter ausgebildet? Also, hä? Tja. Was können die denn jetzt? Werden wir es je erfahren? Man weiß es nicht. Müssen die so einen Lesetest machen, oder was? Wer am schnellsten lesen kann, der hat dann den Wächterposten. Die kriegen 100 Bücher, die kriegen 100 Bücher vorgelegt, ein Jahr lang Zeit auswendig lernen. Boah. Naja, es soll dann auch gleich mit Buffy weitergehen. Er braucht nur kurz ein Sauerstoffzelt. Ja. Und richtig geile Einstellung, wie richtig herrlich selbstgefällig Giles in der Tür lehnt und seinen Lolli lutscht. Soll ich vielleicht helfen? Ach, Giles ist toll. Ja. Ach ja. Willam versucht dann zu hacken, soll sie ja machen, und Faith bekommt das eben mit. Und wer wird das also später erfahren? Hm. Ding, 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 ding. Bürgermeister Wilkins. Oh Mann. Und genannter Sugar Daddy in der nächsten Szene gibt Faith eine richtig prächtige Wohnung in der Innenstadt. Was hältst du von der Wohnung? Riesiges, voll möbliertes Loft. Also, von den Ausmaßen finde ich es geil. Ja. Von den kleinen Details, die man da so sieht, na ja, 90er halt, ne? Ja. Und für Faith sind aber auch ein paar coole Sachen dabei. Man sieht so einen Boxsack im Hintergrund, ja? Es muss irgendwo eine Playstation rumstehen, das ist ja auch schon cool. Das stimmt. Aber diese, also diese Vorhänge, also wenn du jetzt stilistisch vorgehen willst, diese Vorhänge vorm Bett gefallen mir halt gar nicht. Das finde ich richtig kitschig. Das ist so, ich finde das so bunt. Ja, und auch hell vor allem. Ja, ich meine, gut, soll ja der Kontrast sein zu ihrer eigenen alten Bude da, klar, aber ... Sehr gut erkannt, Sandra. Perfekt. Es ist halt so, na ja, es schreit, so, es ist so, und sie hat so ein bisschen was von, weiß ich nicht, so, wie nenne ich es denn? Ja klar, 90er-Stil und dann so Richtung 2000er, logisch, das war da halt gerade Mode, aber das ist alles so, es sieht aus wie so eine Spielzeugwohnung. Ja, alles so zusammengewürfelt. Ja, und so, ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht so richtig sagen, es hat alles nicht so richtig Ecken und Kanten, das ist eher so, weiß ich nicht. Ja, da soll auch ein 18-jähriger Teenager drin leben. Ja, aber ... Und Faith ist ja auch sichtlich und klar beeindruckt, ne? Vorher, du hast es ja schon angesprochen, mit dem scheiß Hotelzimmer, wo sie da wahrscheinlich vor sich hin trauerte vorm Fernseher. Sie hat jetzt eine Spielwiese bekommen. Mhm, wow. Und das bindet sie natürlich an Bürgermeister Wilkins. Der weiß schon, wie er das machen muss. Aber hallo, der weiß, wie er die Bitches rumkriegt. Ach, das ist ... Entschuldigung, nee, das sollte ... Ich wollte eigentlich, wie er die Frauen rumkriegt sagen. So. Ja, okay. Wilkins arbeitet halt darauf hin, Faith dazu zu bringen, die Scoobies zu töten. Dieser, dieser clevere Fuchs, habe ich mir auch geschrieben. Genau, er sagt es ja auch, ne? Jetzt bringen wir deine Freunde um. Damit killt er die Stimmung kurz und sagt, nee, aber du musst es ja jetzt noch nicht machen. Erst, wenn du bereit bist. In der Schule ist jemand wieder da. Ja. Und wir freuen uns. Ja. Denn er ist zurück vom Dreh mit Austin Powers. Ost. Ja. Und er sagt auch gleich wieder was richtig Tolles, Romantisches. Er kann sich nämlich nicht erwehren, Willow jedes Mal zu umarmen, wenn er sie sieht. Dieser Romantiker. Aber wie gewählt er sich immer ausdrückt. Ah. Er erzählt, dass er ... Ähm ... Jetzt bin ich raus. Ach so, er erzählt, dass er am letzten Abend bei einem Gig war und hat aber vergessen, Willow Bescheid zu geben. Und die fühlt sich dann auch etwas verletzt davon. Wirft ihm vor, sie langweilig zu finden. Er reagiert ganz cool. Das kam jetzt gar nicht in meinen Worten raus, dass ich das so finde. Ah, wie clever er antwortet. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ja. Also wird über ihn die erste Fanfiction geschrieben für unseren Onlyfans-Kanal. Aber nicht so eine wilde. Nee, eine ganz anständige. Eine tolle. Mit Kerzen. Und vorher wird gekocht. Und mit einem schönen, keine Ahnung, Kinofilm oder Theater. Theater. Wir reden immer aus, vorher geht's ins Theater. Aber nicht zu einer Oper, das ist auch irgendwie doof. Okay. Es ist deine Fanfiction. Kannst machen, was du willst. So ein bisschen was Moderneres. Hauptsache, es wird gebumst. So. Aber kommen wir ... Folgentitel fertig. Warte, ich schreibe es dir gleich auf. Scheiße, jetzt bin ich raus. Wo ist er? Na toll, dann kommen wieder die ganzen Sexbots an und wir haben ganz viele Klicks und am Ende ist es nur der Titel. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall kommen wir zum Thema der Folge zurück. Ja. Was ist das Thema der Folge, Sandra? Ich muss schnell den Folgenditel aufschreiben. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so verwirrt. Ich muss mir das echt schnell ... Wir waren gerade bei Oz und Fanfiction und davor haben wir über ... Ja. Kommen wir zum Thema der Folge zurück. Oh. Willow bricht aus ihrem Rollenbild aus. Willow fühlt sich hier irgendwie immer unterbuttert und ausgenutzt und das macht sie sauer. Aber das kommt ja noch. Beziehungsweise die nächste Szene verdeutlicht das nochmal und es wird dann bis auf die Spitze getrieben. Mhm. Und auch in der Szene oder beziehungsweise an dem ganzen Tag, um halt diese unschuldige, süße Willow darzustellen, trägt sie auch ihren kindlichsten Pulli, ne? Schön rosa mit Blümchen drauf. Ja. Und wie gesagt, in der nächsten Szene wird es verdeutlicht. Percy kommt auf sie zu und der meint halt komplett, ich schreibe hier gar nichts, du schreibst die Referate. Mhm. Und mach ein paar Tippfehler rein, dass es auch so aussieht, als wäre ich das gewesen. Mhm. Wen es interessiert, Percy West wird gespielt von Ethan Eriksson! Oh mein Gott. Ja, er ist Eriksson mit Nachnamen. Ein guter Name. Er hat in General Hospital irgend so einen Doktor gespielt und bei Melrose Place hat er auch eine wiederkehrende Rolle gehabt. Oh, ja, okay. Nach der Ansage von Percy ist Willow sichtlich frustriert. Ja. Und deswegen isst sie ihre Banane, obwohl es noch nicht Mittag ist, ja? Oh mein Gott. Das ist Willows Art, aufmüpfig zu werden. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Und dann kommt auch noch Xander hinzu und wirft noch mehr Salz in die Wunde, ja? Und fragt, ob sie Al Bundy letzten Freitag aufgezeichnet hat. Und Buffy steigt voll mit ein. Siehst du? Das ist sie. Zuverlässig wie eh und je. Und Xander mit seinem Gebrabbel dann über den Geysir und Old Shatterhand und so. Er macht's immer noch schlimmer. Ah, furchtbar. Ja. Ja, ja. Willow hat's halt satt, als zuverlässig und langweilig zu gelten und will dann auch wegstürmen. Und wir haben den typischen Weedon-Humor. Sie kann nicht einfach nur wegstürmen, sondern Buffy will hinterher. Willow erklärt ihr, na, du machst mir eine dramatische Pose jetzt ein bisschen kaputt. Das ist schon witzig, wie sie dann halt geht. Und dann meint sie noch, vielleicht schwänze ich die Schule oder ich ändere meinen Stil. Oh mein Gott. Was wir ja später nochmal aufgreifen. Wer hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass das nochmal wichtig wird. Ah. Und auch ein schönes Zitat, jedenfalls esse ich jetzt die Banane. Scheiß auf die Mittagspause. Ja. Sie hat auch noch geflucht. Die Willow, die driftet ab. Die driftet ab. Ich glaube, das geht so nicht. Halbe Stunde später legt sie mit der Heroinspritze in der Ecke. Auf der Treppe wird Willow dann von Anja abgefangen und es soll gezaubert werden. Und man sagt wohl in der Schule, Willow sei da der richtige Ansprechpartner. Ansprechpartnerin. Und Willow ist ist halt gerade richtig in Stimmung für schwarze Magie. Oha. Aber ist dann richtig enttäuscht, als Anja sagt, nee, nee, ist gar nicht so ein Schlimmer. Aber wir können doch so tun, oder? Mhm. Und später sind sie dann halt am Abend in einem Klassenraum irgendwo und Anja will ihre Kette zurückholen. Wir wissen ja, was das für eine Kette ist. Willow weiß das nicht. Sie erzählt einfach nur, dass es die Kette ihrer Mutter wurde aus der Wohnung gestohlen. Es soll Erishen der Endlose angerufen werden, dann soll ein Bitchbruch gesagt werden. Und da habe ich mir aufgeschrieben, sag mal Bitchbruch zehnmal hintereinander. Ja, ja, Bitch. Bitchbruch, Bitchbruch. Ha, ha, ha. Und dadurch soll dann eine Zeitspalte erschaffen werden, um daraus die Kette zu holen. So. Es wird also angerufen, aber das Pulver für den Zauber, das auf die Zeichnung der Kette fallen soll, fällt aus Versehen auch wohl aus Hand, weil die halt abgelenkt ist, weil die nämlich in die Zeitspalte rein sieht und da also, ne, so da wo Gomorra und die Hölle sieht. So, ganz furchtbar. Was wir ja kennen, die Parallelwelt aus Folge 9. Ja. Du erwähntest das bereits. Wir haben hier so nice, dezente Lichteffekte, gar nicht aufdringlich, sieht ganz cool aus, ne, wie dieser Lichtschleier da so um die herumfliegt. Ist ganz nett gemacht. Sieht nicht lächerlich aus. Ne, ne. Irgendwie ganz cool. Und der Zauber scheint schiefgegangen. Fuck. Willow, fuck. Willow hat nicht gefallen, was sie gesehen hat. Ne. Ne. Und da kommt dann auch wieder kurz mal die alte Willow durch. Anja, mit Zauberei sollte man nicht spielen. Ja, aber erst sich noch gefreut. Können wir so tun, als ob es irgendwas krasses ist. Genau, aber dann. Und jetzt, hm. Dann ist es ihr ein bisschen zu schwarzmagisch. Wir erfahren natürlich im nächsten Schnitt, der Zauber ist nicht komplett schiefgegangen. Nein. Denn Pizarro Willow ist in unsere Welt geholt worden. Yay. Und sie geht so durch die Straßen von Sunnydale und ihr gefällt das gar nicht, wie das hier bei Nacht aussieht. Also viel zu belebt, viel zu unbeschwert, ja. Und es zieht sie dann auch in die alte Zentrale hier ihrer Vampirarmada. Das Bronze. So. Dort spielen Case Choice mit Virgin State of Might. Ein Song, den ich sehr mag, den es auch auf dem ... Ja? Ja. Nee, sag erst fertig, sorry. Den es auch auf dem Soundtrack gibt. Ich finde das Lied voll cool. Habe ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, als wir es geguckt haben. Das ist irgendwie ... Das fetzt voll, das Lied. Es fetzt voll. Auch so ein krass neudeutscher Begriff. Es fetzt voll. Es fetzt voll, Diggi. Brudi. Case Choice. Wir sind Antenne Höllenschlund, ein Radiosender, der auch Service liefert. Case Choice ist eine belgische Band, die Rock und Post Crunch macht. Okay. Und sie hießen erst The Choice, dann Case Choice, nach dem ... Also benannt nach dem Protagonisten in Franz Kafka's Der Prozess, also K. und sie mussten sich umbenennen, weil es schon eine US-Band gibt, die The Joyce hieß. Ach so, ja, okay. Ja. Aha. Ja. Ha. Ha. Ja. Okay. Wie gesagt, tolles Lied. Und ich finde, es passt auch perfekt zur Stimmung und zu Vampire Willow. die halt so durchs Bronze streicht und da sind ihr zu viele Lebende, zu viele Herzschläge anscheinend. Aber dieses Langsame macht es irgendwie cool, weil das zieht sich so ein bisschen, das Lied. Und sie läuft ja auch so langsam rein und ist ja generell eher so von der Sorte, oh, mich regt erst mal nix auf, ne? Ja. So, das fand ich, das war voll cool gewählt. Das war cool. Das war cool. Das hat voll gepasst. Also hört euch den Song an. Virgin State of Mind. Den könnt ihr dann auch Montag in unserer Instagram-Story sehen. Wo war ich? Ach so, genau. Sie trifft dann auf Percy, der natürlich weiterhin den Dicken raushängen lässt und dafür aber auch prompt durch den Raum geschleudert wird. Hier kommt das Zitat, was schon in Folge 9 ständig benutzt wurde, aber hier halt wieder vom Anfang dieser unserer Podcast-Folge Bored Now. Was auch ein super Meme ist. Kann man zu jeder Lebenssituation kann man das verwenden. Werde ich auch ab sofort benutzen. So auf Beerdigung, ja. Hochzeiten. Bored Now. Macht es nicht, Freunde. Xander kommt ins Bronze und denkt, er müsste Willow beschützen. Ja. Aber da hat er sich geschnitten. Ja. Und zu ihrer Enttäuschung ist Xander auch quicklebendig. Ja. Und Buffy kommt auch noch hinzu und sie sieht, dass Willow tatsächlich ihren Stil verändert hat in ihren Augen. Und als gute Freundin versucht sie, sie auch darin zu unterstützen. Und sagt auch Lederlady. Ja. Es ist extrem. Also ja, es ist extrem. Und Willow will dann gehen, weil ihr das alles, also Vampir Willow will gehen, weil ihr das alles zu viel wird. Buffy will sie aufhalten, mit ihr reden. Doch da setzt sie ihr Vampirgesicht auf und geht knurrend weg. Ja. Buffy und Xander alle so, fuck. Bleiben schockiert zurück. Mhm. Und draußen kommt es nochmal dazu in der Szene. Wir erinnern uns, Faith hat dem Bürgermeister von Willows Hackangriff erzählt und er hat Vampire losgeschickt, um sie zu töten. Mhm. Die treffen aber auf Bizarro Willow, die erstmal ein paar Finger bricht und ihre eigene Vampirgang dann aufstellt. Ja. So schnell geht das. So schnell. Für wen arbeitest du? Bürgermeister Wilkins. Für wen arbeitest du? Für dich. Ja, das war's. Da sind die Fronten geklärt. Mhm. In der Bibliothek. So. Ist eine Trauerstunde eingerichtet. Die Scoobie sind erschüttert. Willow ist untot. Sie war die Beste von uns. Und Xander, sie war besser als ich. Giles, viel, viel besser. Das ist irgendwie, ey, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass Willow verwandelt worden wäre. Was denn das für eine beknackte Szene danach? Wie die da einfach nur alle sitzen? So, so ein bisschen, naja, schon traurig, aber, also. Also für unsere Charaktere ist das ja alles gerade real. Die denken wirklich, Willow wäre tot. Aber wie undramatisch die Szene dazu ist. So, weißt du wie? Die leiden schon. Wir schwenken da mit der Kamera rein, alle sagen kurz eine Zeile, so. Ja, fuck. Der nächste, scheiße. Und der dritte, kacke, ey. Und dann ist so, also ich meine, es ist ja logischerweise so inszeniert, dass es eben schnell abgehandelt wird. Aber ich finde es witzig. Joss Whedon liebt die Szene. Aber er hat sie auch selber geschrieben. Ja. Und Buffy gibt sich die Schuld. Und endlich erkennt Buffy mal an, dass ihre Tipps für Willow sie in Lebensgefahr bringen. Ja. Nutze den Tag am Arsch, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, aber Willow, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, Willow, also wie wir es ja schon mal hatten, die nimmt das dann so richtig ernst. Und zieht das, weil sie ja so strebsam ist und sie ja auch gute Noten kriegt und so weiter, dann macht sie das halt auch immer so zum besten Ergebnis. Weißt du? Ja. Deswegen ist immer dieser Seize the Day ein bisschen schwierig bei ihr, weil wenn, dann muss sie ja eine Eins-Plus kriegen in der Aufgabe. Ei, ei, ei. Schön. Aber Gott sei Dank kommt Willow dann dazu und stellt sich schnell heraus, dass sie noch lebt. Wie geil Sender auch das Kreuz schüttelt, als hätte es eine Fehlfunktion. Ja. Ja. Und Buffy und Sender freuen sich natürlich riesig, dass ihre beste Freundin noch lebt und umarmen sie und als Willow dann fragen will, Giles, was ist denn hier los? Wird sie von ihm auch umarmt? Das war toll. Und du hast dich gefreut wie ein Schnitzel. Ja, das war toll. Genau. So saß ich da. Es gibt also eine Doppelgängerin. Jetzt wissen wir es alle. So. Jetzt geht's ab. Und da frage ich dich, Sandra. Ja. Welche Doppelgängerin von Alison Hennigan ist besser? Bizarro Willow oder Stripper Lily? Oh. Uh. Uh, schwierig. Also wer, falls jetzt keiner weiß, Stripper Lily ist die Doppelgängerin aus How I Met Your Mother vom Charakter Lily. Uh. Ich glaube, ich bin für Stripper Lily. Ja, also ganz ehrlich. Wer ist denn nicht für Stripper Lily? Ja, das ist eigentlich auch der Satz in meinem Kopf gewesen. Stripper Lily. Ja, Mann. Stripper. Ich bin für Stripper Lily. Auch, wäre auch ein schöner Folgentitel gewesen. Stimmt. Aber jetzt ist es leider Hauptsache, es wird gebumst. Überleg dir das nochmal. Vielleicht kannst du ja einen Untertitel noch einbauen. Ja, aber der Algorithmus, ja. Ach komm schon. Ich sage mal, der fickt uns nach oben. Ja. Nein. Ja, ich kann es eh nicht beeinflussen. Du machst es schon. So. Stripper Lily, Mann. Also Giles hat auch keine Antwort darauf. Wer jetzt die bessere Doppelgängerin ist. Oder was es jetzt auf sich hat, dass es zwei Willows gibt und eine davon Vampir. Deswegen schneiden wir erstmal rüber ins Bronze. Warte. Ich finde es lustig, dass Willow denkt, sie sind alle auf Drogen. Weil das sagt sie ja, als sie dann auch von Giles um Abend wird. Sie so, hä, habt ihr Drogen genommen oder was hier los? Das finde ich irgendwie witzig, weil, hä, die unschuldige Willow denkt direkt mal an Drogen? Naja, na klar. Okay. Und dann ist sie dann auch beleidigt, dass sie die nicht nehmen durfte oder ist das, passt das jetzt zu ihrem neuen Lebensstil oder wie ist das? Hey Leute, ich wollte doch ausbrechen. Hallo, ich bin hier diejenige, die keinen Bock mehr auf zuverlässig habt. Und jetzt müsst ihr mich wieder übertrumpfen, indem ihr Drogen nehmt. Ohne mich. Das ist so unfair. Ich esse jetzt noch eine Banane. Weißt du, und dann denkt die sich wieder, sie ist the day und dann macht die wieder irgendeinen Scheiß. So passiert es nämlich. Spritzt sich gleich mal Krokodil. Alter. Ja, so. Bitte weiter. Im Bronze trifft Anja dann auf Bizarro Willow oder Willow mit V. Bestimmt. Und ihre Lakaien, die halt das Bronze und die Gäste des Bronzes als Geißel nehmen und Angel und Oz sind da. Hier und hier haben wir wieder Angel als Plot-Device. Ja. Denn Angel ist nämlich dann da, damit das Drehbuch, wen hat, der Buffy Bescheid gibt. Natürlich, weil er nach Buffy sucht. Offen. Klar. Klar. Oz sieht Leder Willow und schickt Angel dann los und Philo, mit V, verstehst du? verstehst du? Spielt dann so ein bisschen lastiv mit den Gästen, saugt eine aus und sie kennt halt Oz aus ihrer Welt von den White Hats. Anja erkennt die Situation, klärt auf und dann kommt ein schöner Satz von Willow. In meiner Welt werden Leute in Ketten gelegt und wir reiten auf ihnen wie auf Ponys. Wow. Tolles Bild in meinem Kopf. Und ich habe noch ein besseres Bild für deinen Kopf. Anscheinend, ich habe dann gelesen, anscheinend war es so, dass Joss Whedon sich gerne mal auf alle Viere gestellt hat und Sarah Michelle Gellar und Alison Hannigan auf seinem Rücken durch das Büro getragen hat. Hä, was? Ist das weird? Hä, warum? Keine Ahnung. Warum? Da verstehe ich jetzt schon wieder den Hate gegen Joss Whedon auf Twitter, ja? Warum? Was für ein seltsamer Typ. Also erstens ist das wieder so ein typischer Fall von ich weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Fanfiction. Ja, abgesehen davon. Du kannst ja alles in Fanfiction packen, das ist ja scheißegal. Und zweitens, ich habe wirklich nur die Frage im Kopf, warum? Also, warum? Wie kommt der auf die Idee? Ja. Das sind erwachsene Menschen. Alle. Alle Beteiligten sind erwachsene Menschen. Hä? Warum? Warum? Ich habe noch ein paar andere Dinge, bevor du weitermachst. Warte, alles, alles, was mir dazu einfällt, ist nicht, ist nicht angemessen. Und deswegen sage ich jetzt nichts mehr dazu. Bitte mal weiter, Sandra. Ja, mein Hirn, ja, ich stimme zu. Also, ich habe mir noch random zwei Sachen aufgeschrieben, die ich eigentlich ganz lustig fand. Einmal, Anja kriegt kein Bier an der Bar. Ja. Kriegt sich da extremst drüber auf. Ich bin 1000 Jahre alt, jetzt gib mir ein verficktes Bier. Und er so, nee, und sie so, okay, ich nehme eine Cola. Das fand ich irgendwie witzig. Und dann fand ich lustig, dass Oz sagt, er kann nur drei Akkorde und gute Bands können fünf oder sechs. Ja. Das fand ich irgendwie auch, das ist auch so typisch Oz. Der sagt halt nicht, ich bin schlecht, sondern ich kann das, das kann ich gut. Andere können zwar mehr, aber ich bin so, wie ich bin. Auch irgendwie die schöne Message mal wieder von dem. Der ist einfach, der denkt, der findet an allem was Positives. Das ist schön. So, jetzt kannst du weiter machen. Es gab auch eine herausgeschnittene Dialogzeile, wo der Frontmann von Dingo's Ate My Baby die Angel als Rhodey engagieren will. Geil. Also, völlig bescheuerter Dialog. Gut, dass sie den rausgeschnitten haben. Hä, voll random. Ja, voll beknackt. Ja. Warum? Weißt du, jetzt hast du mir das von Joss Whedon erzählt. Das finde ich völlig beknackt. Jetzt finde ich das völlig beknackt. Was ist hier eigentlich los? Ja, ist alles beknackt heute. Ah. Hauptsache es wird gepumst. So. So. In der Bibliothek. Wird halt gesagt, Vampir Willow steht also auf Leda und deswegen schreibt man ihr auch sofort, nee, warte mal, bin ich jetzt verrutscht? Nee. Schreibt man ihr auch dominaähnliche Züge zu. Was ja Willow nicht ist. Außer in den Nächten, wenn sie Oz auspeitscht, wie sie selber sagt. Und geil ist auch Giles verstörter Gesichtsausdruck, als er das hört. Ja, ist ja schwierig mit Mit Teenagern. Ja. Das will ich jetzt machen. Angel kommt dann zur Warnung, ja. Mhm. Scheiße, Sandra, Willow ist tot. Aber keiner ist so richtig schockiert. Und Sandra sagt auch, ja, da waren wir schon, Bruder. Ja, und auch so, wie ihn alle nur so angucken, so. Wir verstehen dich. Na, na, wann, wann macht es Klick? Na, wir auch noch. Hi, Willow sagt. Die auch nicht schockiert ist von ihrem Tod, da sie in der Ecke steht. Das fand ich richtig lustig. Und dann ist es einfach so kurz Stille. Und dann, ach so, warte mal. Warte mal. Das fand ich gut. Du hörst, du hörst die, du hörst die Zahnräder arbeiten. Ja, ja, wie es so langsam, so langsam die Realisation ankommt. So, ah, warte mal, ich hab gerade Hallo Willow gesagt. Hä? Schön. Naja. Schön von Angel. Buffy muss also los, um eine Vampirorgie zu verhindern. Muss los, genau. Und für mich hat sie jetzt einen neuen Titel, Buffy die Orgienverderberin, ja? Was eine Spaßbremse. Ja. Die Gang will also losziehen, und Willow meint noch etwas holen zu müssen und da wird sie dann natürlich von Bizarro Willow aufgehalten und die sexuelle Spannung ist extrem verwirrt für meinen kleinen Geist. Geist? Weil, naja, weil das ist doch Willow und das ist auch Willow. Also eigentlich sind die die gleichen, aber es sieht schon heiß aus, wie die beiden so, also wie Philo, sie mit ihrer Zunge so ein bisschen am Tal. Also alles, ich bin verwirrt. Ich überlasse es dir, was du dazu sagen möchtest, sagst du, und ich bin still. Willow soll also verwandelt werden? Ich habe mir nur aufgeschrieben, Vamp Willow hat Bock auf Willow. Ja. Das ist mein einziger Kommentar dazu. Heißt das, sie ist verliebt in sich selbst? Ja, selbstverliebt, oh. Aber Willow, also Menschen Willow, weiß sich mit dem Betäubungsgewehr zu retten. Ja. Das, wie ich nochmal betonen möchte, frei zugänglich unter dem Tresen in der Schulbibliothek liegt. Na ja, aber man darf ja nicht hinter diesen Tresen gehen als Schüler, deswegen sieht das nie jemand. Das ist natürlich eine Regel, an die sich jeder halten wird. Natürlich. Im nächsten Schnitt. Aber wie weird muss es denn sein für Willow, sich selbst zu einem Fall, also. Sich selbst zu betäuben oder selbst abzuschließen sozusagen. Ich meine, gut, die sieht ein bisschen anders aus und verhält sich ganz anders, aber hä? Wie komisch muss das sein? Ja. Das stimmt. Naja, die Gang wird dann zurückgeholt und Philo wird weggesperrt. Willow kann gar nicht glauben, wie sie als Vampir ist. Das ganze Leder und sie scheint ein bisschen lesbisch zu sein. Buffy versucht dann zu erklären, dass man als Vampir eine ganz eigene Persönlichkeit hat und die oft, also oft dann die alten Charakterzüge ersetzt. Und Angel will so dazwischen gehen. Naja, eigentlich, aber dann fällt es ihm auf. Nee, du hast schon recht, Buffy, du hast schon recht. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Nee, die Persönlichkeit bleibt gleich, Binnenstrich. Äh, Moment. Das fand ich auch geil, wie er direkt versucht, so zu verteidigen, seine Art, so zu verteidigen und dann merkt er so, nee, warte mal, irgendwie, wenn ich das sage, hat das nicht so viel Wahrheitsgehalt. Fand ich gut. Aber er hat es gleich eingesehen, von daher, muss sich Willow ja keine Sorgen machen. Es muss also jetzt geklärt werden, wie geht man gegen das Vampirproblem im Bronzefort, denn das ist ja immer noch da. Willow ist zwar eingesperrt, aber die Vampirorgie muss noch verhindert werden. Da hat Buffy eine Idee, die alte Spaßbremse, die Orgienverderberin. Wir tauschen einfach die Klamotten der beiden Willows. Ja, das funktioniert bestimmt super gut. Und da wird bestimmt niemand dahinter kommen. Nein. Nein. Willow schlüpft also in ihr alter Ego, in enger Lederklopft, mit gepushten Möppis, habe ich mir aufgeschrieben. Weil sie das ja auch so, und guckt euch die an. Ja. Herrlich. Und wie sie dann läuft. Ja, und geil ist auch, also bei Vampirwillow hört man das ja nicht. Aber bei unserer Willow, wenn die die Lederklopft anhat, hört man die ganze Zeit, also jedenfalls in der deutschen Tonspur, hört man so richtig übertriebene Lederreibgeräusche. Ja. Ja. Dass sie sich sichtlich unfühl fühlt in dem engen Ding. Ja. Und sie macht die Arme so ein bisschen vom Körper weg, so auf die Arme, ist alles so eng hier. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich bewegen soll und die Schuhe und überhaupt. Und geil ist auch, als sie ihre hochgepushten Brüste erwähnt, sieht man halt Giles, wie er wieder unangenehm berührt ist und das zu überspüren versucht. Das ist aber auch viel Teenager-Sexualität für einen Abend, für den wiederum Giles. Ja, schon. Er ist auch unangenehm. Aber er, also ich finde ja, er wird immer besser, was das angeht. Also ganz am Anfang war der ja einfach so extrem gestresst von allem, was die Teenies so machen. Und mittlerweile, glaube ich, hat er ein gewisses Maß erreicht, wo er in seinem Kopf nur denkt, ja komm, ist gut, die sind so, ich muss mich nicht aufregen. Ja, ja. Willow soll also reingehen, sich als Füller ausgeben und ein paar Vampire rausschicken. Und sie machen noch aus, wenn sie Hilfe braucht, dann schreit sie. Ja. Drinnen erkennt niemand, dass das nicht mehr die böse Vampir Willow ist. Kein anderer Vampir erkennt, dass sie noch lebt. Keiner riecht das Leben an ihr. Ja. So, es werden so ein paar Vampire rausgeschickt und es kommt eine witzige Einstellung nach der anderen, wie sie so extrem auffällig zu Oz rüberwinkt und es keiner mitkriegt. Wie bescheuert. Und wie sie dann später so durch die Haare von der einen fährt und drin hängen bleibt. Ja. Also ganz viel Comedy. Ja. Also ich hab mir auch aufgeschrieben, die Szene ist sauwitzig, aber extrem unlogisch. Absolut. Das fasst es eigentlich genau zusammen. Was aber auch schon. Würde nicht funktionieren eigentlich. Ja. Aber es ist halt lustig. Was aber auch schön und wichtig ist, Willow nutzt dieses Rollenspiel wie so ein psychologisches Rollenspiel, um es mit sich selbst abzurechnen, ja. Ja. Sagt es über sich selbst, sie spielt ja die Vampir-Willow, sie hat sich von anderen ausnutzen und unterbuttern lassen. Mhm. Also nutzt sie das gleich mal für sich. So. Clever. Hat sie gut gemacht. In der Bibliothek. Ich fand es ja sehr witzig, dass die Philo dann auch noch die rosa Baumwolle angezogen haben. Ja, weil, ne, du kannst ja jetzt keine nackte Willow da hinlegen. Das ist ja immer noch, äh. Ja, das stimmt. Die Serie ist nicht dafür geeignet. Soll immer noch jugendfrei sein. Mhm. Und sie wacht eben in dem Käfig auf, wo sonst Oz seine Nächte verbringt. Cordelia kommt im engen Abendkleid ganz zufällig vorbei. Wegen Büchern. Alibimäßig ruft sie auch einmal nach Giles und direkt danach nach Wesley. Ja. Aber leider ist Wesley nicht da. Aber Philo ist da. Aber Cordy weiß das natürlich nicht. Gott sei Dank wird sie erst nicht, wird sie erst mal nicht von Cordy aus dem Käfig befreit. Denn Cordelia nutzt lieber die Situation, um über das Sender-Problem zu reden. Ja. Denn ihr Stolz ist immer noch ein bisschen angeknackst, dass jemand wie Willow ihr den Freund ausspannen konnte. Und sie erklärt eben, dass Sender durch diese ständigen Gefahrensituation an Attraktivität gewonnen hat. Das ist die Erklärung. Und es ist so geil wie Alison Hennig in das Spiel, die genervte Philo da in dem Käfig. Ah, Cordelia, ich werde dir nie wieder einen Freund ausspannen. Es tut mir so leid. Als ob du das könntest. Und nach der großen Aussprache wird Philo dann rausgelassen und jagt Cordelia durch die Schule. Also es wird zwar parallel montiert, aber ich habe das jetzt einfach hier abgearbeitet. Ja, ja. Sie wird dann durch die Schule gejagt. Und wer kommt ihr zu Hilfe? Wesley, Wyndham, ich habe die Jägerin laufen lassen, Price. Natürlich. Und sein Heldentum wird noch viele Sagen und Lieder schaffen. So geil. Natürlich. So geil, wie er so zitternd das Kreuz hält und noch das Weihwasser aus der Brusttasche holt. Hm? Hm? Also, der hat so viel Mut und scheinbar auch so viel Erfahrung im Kampf. Ja. Ja. Oh mein Gott. Kann er alles anwenden. Ja. Und aber dann, aber dann auch geil, wie beide sagen, war das Willow? Und Cordelia sofort, sofort umswitcht, umswitcht, kein bisschen so wie, oh Mensch, die arme Willow, jetzt ist sie tot, sondern einfach nur, was haben sie heute Abend vor? Ja. Ja, ja. Und wir erfahren es ja nicht. Vielleicht sind die ja danach miteinander ausgegangen. Ja, ich bleibe gespannt, was da noch kommt. Oder hat er halt gesagt, äh, 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 äh. Erstmal, äh, nach Hause gehen, umziehen. Duschen. Duschen. Beten. Ja. Ja. Ganz heiß duschen. Und dann mal gucken. Und kalt? Nee, ganz kalt duschen. Ganz kalt duschen. Im Bronze geht das Kasperwildtheater weiter. Und so langsam fängt auch Anja zu zweifeln an. Und, äh, Willow wird dann entlarvt und lässt ihren vereinbarten Schrei los. Die Gang kommt rein. Aber wie nicht? Kann sie auch das? Und dann greift sie übelst los. Wenn ich kein echter Vampir wäre, würde ich das auch können? Äh, herrlich. Und Oz hat sich ja strategisch sehr clever hinter ihr positioniert, ne? Mhm. Der ist ja die ganze Zeit da so im Bild. Ja. Finde ich gut. Damit wir Oz mehr im Bild sehen. Ja. Ganz klar. Finde ich toll. Es werden also dann ein paar Vampire zu Staub verwandelt, als die Gang reinkommt. Jetzt kommt die obligatorische Kampfszene. Ja, ich schreibe mir immer nur noch auf Kampf. Was hier, äh, zu bemerken ist, Sander und Giles werden immer besser im Kampf. Mhm. Also Sander weiß ich mittlerweile echt zu wehren. Ja, wäre auch irgendwie eine Schande, wenn das die ganze Zeit so normal bleiben würde, ne? Mhm. Also, da muss ja langsam mal was hängen bleiben, irgendwie. Der Zerstäubung der Woche Award geht übrigens an, äh, Buffy, wie sie den Vampir von hinten, beziehungsweise ohne hinzugucken mit ne Billard-Köhe Ja. Fehlt. Voll nice. Die Zerstäubung der Woche. Philo kommt dann auch noch hinzu, die ist aus der Bibliothek dann ins Bronze gekommen und ist davor, kurz davor Willow zu beißen, aber da kommt Buffy hinzu, kann im letzten Moment von Willow aufgehalten werden, Vampir Willow zu fehlen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wenigstens eine Jägerin mit guten Reflexen. Ja. Und mit ein bisschen Gewissen. Also, es war, war so ein richtiger Callback, ne, zu der Folge, dass Faiths nicht hingekriegt hat, sich selbst zu stoppen. Aber wir haben ja auch am Anfang der Folge erfahren, dass Buffy mehr trainiert und wahrscheinlich hat sie dann an ihren Reflexen gearbeitet, weil sie Angst hat, dass ihr das vielleicht passieren könnte. Mhm. Naja, Willow hat Mitleid mit Philo und kann sie eben nicht töten, deswegen soll sie zurück in ihre Dimension geschickt werden. Mhm. Und Philo sagt dann auch nochmal, diese Welt ist nicht witzig. Hast du das auch schon geschnallt, antwortet Willow. Und da denke ich mir halt auch, redet Willow auch so ein bisschen mit sich selbst halt, ne? Ja, ja, ja. Weil, kannst halt nicht. Also, das ist, das ist Willow halt. Sie hat sich zwar aufgeregt über dieses Rollenbild, wollte da ausbrechen, hat aber gemerkt, das ist ihre Rolle und sie fühlt sich da auch wohl. Mhm. Sie hat eine wichtige Lektion über sich selbst gelernt. Ja, das ist ganz schön extrem die Situation, in der sie sich da befindet, um diese Lektion zu lernen, ne? Aber, extreme Situationen. Extreme Maßnahmen. Sie ist today. Denn Willow war ganz schön am Abdriften, sagen wir mal ehrlich. So, ja. Aber, auch noch ein geiler Einschub, Sender will noch mit Philo reden und fragt sie, ob er in ihrer Welt ein Badass-Vampir ist. Und sie rollt nur mit den Augen und dann beantwortet er sich selbst, oh ja, ich bin schlecht. Er freut sich so richtig drüber. So schön. Ja, ja. Philo wird dann durch den Zauber in ihre Welt zurückgeschickt, nicht ohne Willow noch mal an den Hintern zu packen und wird dann auch instant gefehlt. Wir kennen ja die Szene, wie der Oz sie da gegen diesen Holzfall da drückt. Naja, shit happens. Sie ist gerade zurück, zack ist sie tot. Ja, es schließt halt da an, wo die den Kampf haben in der Parallel-Universum-Folge. Ja, genau. Und das hat mich etwas unvorbereitet getroffen. Hm. Da war ich so, ja toll, hätte man die nicht irgendwann anders da rausziehen können und nicht unbedingt an der Stelle da, aber es war richtig gut gemacht. Ja, es trifft einen dann schon mal ganz kurz, ne? Ja, voll. Man denkt sich, ah, weil auch beim ersten Mal gucken dieser Folge, also Folge 9, trifft es einen ja schon, dass die ganzen liebgewonnenen, Charaktere trotzdem alle sterben, obwohl sie auch böse Charaktere sind, ne? Das Sender stirbt, das Willow stirbt, das Buffy stirbt, das sind halt schon trotzdem emotionale Momente. Ja, ja. Und jetzt sitzt halt wieder da, ach Mensch. Ja, irgendwie, hm. Hm. Du. Die letzte Szene findet in der Schule statt und Willow sagt, dass sie ihre Phase überwunden hat und sie die Alte ist und sie sagt dann auch, ihr ist nicht nach weggehend, sie möchte Hausaufgaben machen, Wäsche machen und als Jungfrau schlafen gehen. Ja. Auftritt Percy, der noch eingeschüchtert, Der gibt's ja auch noch, ja. der eingeschüchtert von Philo, äh, alle seine Aufsätze selbst geschrieben hat. Mhm. Und noch so im Weggehen noch so ein Apfel hinlegt. Ja, und er hat sogar zwei geschrieben und, äh, weil er wusste jetzt nicht, es gibt zwei Roosevelts oder irgendwas, sagt er doch da. Ja, und, äh, und mit dem Apfel dann auch, das fand ich lustig, dass er nochmal so zurückgeht und ihr das so auf den Hefter legt, so in den Schoß. Und, herrlich. Und schön, dass Willow sich dadurch dann wieder irgendwie ermuntert fühlt und sagt, lass uns heute Abend ausgehen. Ja, Buffy fragt sie ja dann nochmal genau dieselbe Frage, ne? Und dann Willow so, jupp, um neun. Herrlich. Das ist wirklich, wirklich ein schönes Ende der Folge. Ja. Ich hau noch ein bisschen Trivia raus. Mhm. Whedon hat wohl Vampir Willow so sehr gemocht, ne? Dass er eben diese eigene Episode ihr schreiben wollte. Mhm. Und in dem Interview hat er auch gesagt, das hab ich ja schon gemeint, er liebt diese Szene, als sie erfahren, dass Willow halt doch noch lebt. Der sieht da extrem viel Comedy drin und ich meine, ich muss ihm da zustimmen, das ist alles so geil. Ja. Diese Folge gehört auch zu seinen zehn Lieblingsfolgen. Ah ja. Außerdem findet Alison Hennigan, also das ist auch ihre Lieblingsepisode oder eine von ihren Lieblingsepisoden und witzigerweise hat sie das Outfit von Vampir Willow im selben Jahr noch als Halloween-Kostüm getragen. Cool. Hehe. So, Sandra. Ja. Wir hatten jetzt fünf charakterzentrierte Episoden. Ich fass nochmal zusammen. Ähm, Sander hatte die Hyänen-Folge, die Gottesanbeterin und die Nacht der lebenden Leichen. Willow hatte den Computer-Dämon und Doppelgänger-Land. Welche Folge von denen fandst du am besten? Oh. Puh. Aus der Kalten. Das irgendwie, ich bin halt echt dazu verleitet zu sagen, die jetzt, aber ich glaube, Weil sie neu ist, ne? Ja, und weil man die noch am ehesten im Kopf hat. Und, ja, weil man halt, sag mir nochmal die drei von Sander. Die Hyänen-Folge mit der Gottesanbeterin und die Nacht der lebenden Leichen. Was waren die dritte? Mit dem Weltuntergang im Hintergrund. Das ist die jüngste, die ist gerade mal ein paar Wochen her, dass wir die geguckt haben. Was weiß ich? Das ist die, wo er mit dieser Zombie-Gang durch die Stadt zieht. Ach so? Ach ja, jetzt. Und gleichzeitig der Weltuntergang im Hintergrund stattfindet. Das hat zu lange gedauert jetzt. Die fand ich halt auch echt witzig, weil es halt einfach, also, weil die Art und Weise, wie es erzählt wurde, cool war. Aber ich glaube, das ist, naja, ich kann das nicht nur drei beantworten. Ich glaube, es ist jetzt die, also, die von heute. Mhm. Weil ich aber auch halt Vamp Willow so cool finde. Vamp Willow ist hot, ist witzig, ist gut geschrieben, macht Spaß. krass. Ja, ich glaube, aber weiß ich nicht, ob das, wenn du mir die fünf hintereinander gezeigt hättest, hätte ich vielleicht anders geantwortet. Kann ich dir nicht hundertprozentig objektiv beantworten. Aber ich glaube, von den Dingen, die da so anders sind, im Sinne von, die Charaktere verhalten sich anders, bin ich, glaube ich, Vamp Willow noch am unterhaltsamsten. Ja. Und es ist ein schöner Callback zu einer früheren Folge. Es wird halt nochmal aufgegriffen. Ja, genau. Das ist ganz cool. Dass das da noch, also dass da so was dazu gebastelt wird, das finde ich ja immer cool. Wenn so in eine bestehende Handlung nochmal was dazu gebaut wird, nachträglich. Ohne dass das Ding ganz einen anderen Scheiß zerstört. So, das war, das war mal eine, das war mal eine Folge, wo man mal wieder so Spaß haben konnte und durchatmen konnte. Ja, viel, viel gelacht, also viel, viel Humor drin, wie, wie du schon zusammengefasst hast. Und selbst die eigentlich krassen Situationen sind irgendwie lustig geschrieben und lustig geschauspielt hat. Also, das war mal wieder eine Pause, die, die echt nötig war. Wenn man so die Folge da vor sich anguckt mit, mit dem ganzen Scheiß mit Faith und so, das war schon ganz schön zwischendurch mal, weiß ich nicht, ein bisschen Spaß zu haben, bevor es dann wieder ein bisschen stressiger wird. Ich habe gar nicht so richtig, ähm, weiß ich nicht, ich habe gar nicht so richtig noch so abschließende Kommentare, außer, dass das eben, ja, eine coole Übergangsfolge war. Ich meine, so ein bisschen was von Faith haben wir ja noch mitbekommen, dass sie da ihre Bude kriegt. Und was ich noch spannend fand, war, ähm, Vamp Willow taucht relativ spät erst in der Folge auf, weil normalerweise hast du ja so, so fünf Minuten Intro, so gefühlt, und dann geht's schon los mit den ersten Hinweisen zu, zu dem Monster of the Week oder was weiß ich. Man muss ja erst mal hinführen. Wir sind ja nicht bei Supernatural, wo gleich am Anfang Blut an die Wand spritzt. Naja, aber in vielen Folgen von Buffy ist das ja auch so gewesen, dass du von Anfang an schon wusstest, okay, das ist jetzt die Einleitung dazu. Und hier, ähm, dauert's ja doch ein paar Minuten länger. Also, und, aber es fühlt sich nicht an, als ob das dann so, als ob man dann so durchrast, weil man nur diese 40, 45 Minuten hat. Es passt schon ganz gut zusammen. Aber wie gesagt, mir ist aufgefallen, es hatte Bisi länger gedauert als sonst. Okay. Gudi. Ja. Ich habe fertig. Ja, ich denke, ich auch. War cool, hat Spaß gemacht. Demnächst wird's wahrscheinlich wieder heftiger. Heftig. Schwierig. 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 Ich verabschiede mich. Ich mich auch. Tschüssi. Grr. Arr. Musik Wupsi-Dudel Ganz schön doof Wupsi-Dudelü Der magische Schnitt So Wo hab ich's? So jetzt muss ich gucken wo ich war Wupsi-Upsi